Erdgas-Sieferstopp, explodierende Strompreise und Gaspreise, Sondersitzung der Europäischen Zentralbank. Kennt ihr den Ausspruch, wenn du Probleme im Inneren hast, dann löse sie Mäusern? Wird hier bewusst gezündelt, eine große Krise raufbesprochen? Wie schwach, wie verwundbar Euroland und die EU sind, zeige ich euch gleich mit Fakten, die jeder überprüfen kann. Die Lage zwischen Russland und der EU bzw. der NATO spitzt sich immer weiter zu. Und nochmals wird hier eine Megakrise mutwillig herbeigeführt, um das höchst marode Eurofinanzsystem in den kommenden Jahren abwickeln zu können. Und dann alles auf diese kommende Krise zu schieben. Beängstigend ist, dass Litauen den Güterverkehr zur russischen Enklave Kaliningrad massiv beschränkt. Damit wird ein Abkommen über den Transitverkehr zwischen der EU und Russland gebrochen. Wenn die EU, wenn Deutschland in einer starken Position wäre, dann könnte man das alles ja nachvollziehen. Aber wir sehen doch, wie selbst der Chef von Volkswagen vor dem Stopp der Autoproduktion warnen muss, weil zu wenig Gas aus Russland ankommt. Und ich verweise nur auf meine letzten beiden Videos, die ja 100.000 in Facebook, YouTube und Telegram gesehen haben. Da seht ihr den Bloomberg-Beitrag, den wir neben mir nochmals anblenden. Und die Auswirkungen der Sanktionen Kanadas, des Westens gegen Russland. Ich habe ehrlich gesagt viel früher damit gerechnet, dass es so kommt, wie es gerade kommt. Und neben mir blenden wir kurz den Chart der US-Nachrichten Agentur Bloomberg über den täglichen Gasdurchfluss durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream ein. Es sind weiterhin minus 60 Prozent. Und die Frage an euch alle, wäre Putin ein gemeingefährlicher Irrer, der die Europäische Union und Deutschland ins Chaos stürzen will, hätte er dann nicht gleich nach den westlichen Sanktionen Ende Februar diesen Jahres seinen Gas- und Ölstoff verhängen müssen. Nur eine Frage. Leute, wir hätten hier Chaos bekommen. Fragt euch doch bitte solche Fragen. Es gab eine Sondersitzung der Europäischen Zentralbank. Vor wenigen Tagen habt ihr das mitbekommen. Genau geht es um den 15. Juni, am 9. Juni. Nur sechs Tage vorher gab es eine ganz normale, reguläre, tonusmäßige Sitzung der EZB. Man gab danach bekannt, ab dem 1. Juli, also in wenigen Tagen, alle Wertpapierkäufer, alle Staatsanleihenkäufer einzustellen. Und schaut mal, wie die Renditen 10-jähriger italienischer Staatsanleihen in orange hier im Chart neben mir angestiegen sind, die ja geradezu explodiert sind. Der Chart beginnt im Jahr 1993. Zur Info für euch. Durch die Sondersitzung der EZB und durch vermutliche Eingriffe der EZB konnte man die Entwicklung vorläufig stoppen. Aber die EZB will ihren Geheimplan uns nicht offenbaren. Ist auch interessant. Wir blenden den Artikel von Bloomberg dazu mal neben mir ein. Alle Märkte stehen unter politischem Kuratel. So wie unsere Medien uns manipulieren, werden die Kapitalmärkte manipuliert. Übrigens haben die Italiener einen Großteil ihrer Staatsschulden kurzfristig für ein, zwei oder drei Jahre finanziert, wie ihr dem Bloomberg-Schaubild neben mir nehmen könnt. Und warum? Weil man für solche kurzen Kredite keine Zinsen zahlen musste. Jetzt sind die Zinsen explodiert und dann muss man natürlich tiefer in die Tasche greifen. Das merken jetzt auch viele Hausbesitzer. Und die Italiener sind sehr hoch verschuldet. Ich zeige euch hier einmal die Schulden Italiens in einem Langfrischschart ab dem Jahr 1970. In Prozent der Wirtschaftskraft des Landes gemeint ist das Bruttoinlandsprodukt also die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die die italienische Volkswirtschaft in einem Jahr erwirtschaftet. Als die Wirtschaft durch Corona einbrach, sprang natürlich der Schuldenstand in Prozent dieser deutlich zurückgegangenen Wirtschaftsleistung nach oben. Das hat sich jetzt etwas zurückgebildet. Aber mit 281,6 Prozent ist Italien verdammt hochverschuldet. Als der Euro 1999 eingefüllt wurde, da kam Italien Ende 1998 nur auf 183 Prozent. Wir Deutschen kommen Ende 2021 nur auf 199,9 Prozent. Und hier ein Vergleich der Gesamtschulden Italiens und Deutschlands, damit euch das alles wie Schuppen vor den Augen fällt. Nutzt die Standbildfunktion, wenn ihr das alles länger betrachten wollt. Und ich liefere euch zu dem Video die ganz genauen Quellen, damit jeder von euch diesen Chart selbst nachbauen kann, dass ihr alles überprüfen könnt. Und dann hier nochmals ein Langfrischchart für Frankreich ab dem Jahr 1977. Frankreich ist das am höchsten verschuldete Land, im Euro-Land. Aber in unseren Medien wird es ja immer bestens bewertet. Und schaut euch das an. Ende 2021 kommen die Franzosen auf 330,7 Prozent. Ende 1998 vor dem Eurostart waren es nur 189 Prozent. Also ähnliche Werte wie in Italien damals. Und dann hier nochmals der Vergleich zu Deutschland. Mir ist wichtig, dass wir all das Wissen hinaustragen. Mit den Quellen in der Infobox kann jeder von euch diese Chart selbst bauen. Hälfte dann bitte beim Augenöffnen. Und auch nochmal kurz aktuelle Zahlen zur Euro-Land-Geldmenge im 3, die praktisch alles bargelt und alle Guthaben auf Bankkonten berücksichtigt. Schaut euch an, wie aufgebläht das alles ist. Und dann zeige ich noch schnell die Geldmenge im 3 zuzüglich aller Anleihen, also aller Staatsanleihen, aller Bankanleihen, aller Unternehmensanleihen in Euro-Land. Schaut euch das alles an, wie, ich sage es nochmals, aufgebläht das alles ist. Der Euro ist sterbenskrank und der wird nur noch durch Manipulation der Massen über die Medien und Manipulation der Kapitalmärkte am Leben erhalten. Wie ein Junkie, ein Drogenabhängiger, der mit immer mehr Drogen ruhiggestellt wird. Wenn ihr die Fakten, die Charts aus meinem Terminal der US-Nachrichtenagentuch Bloomberg, wenn ihr das alles gesehen habt, dann erkennt ihr hoffentlich, dass hier gerade eine Eskalation zwischen der NATO und Russland darauf besprochen wird, die sehr gefährlich ist, aber die eben eine Nebelkerze ist, die ablenken soll, nach meiner Einschätzung davon, dass der Euro in einer ganz gefährlichen Situation steckt. Vor zwei Wochen zeigte ich euch im Video die Explosion der Stromkosten und der Gaspreise für uns Verbraucher, aber eben auch für die Industrie. Das trifft ja nicht nur Deutschland, das trifft Frankreich, Italien, die gesamte Europäische Union. Und dann schaut euch neben mir mal die Handelsbilanz Euro-Lands an. Da wird vom Wert der Warenexporte, also der ins Ausland verkauften Güter, der Wert der Warenimporte, also der aus dem Ausland eingeführten Güter abgezogen. Noch vor kurzem hatten wir hier gewaltige Überschüsse, aber jetzt sind wir tief im Minus. Und das, obwohl der Euro so schwach zum Dollar, zum Schweizer Franken und anderen Währungen ist und dadurch ja unsere Güter im Ausland billiger werden. Das ist alles, alles andere als gut und alles andere als beruhigend. Aber Herr Bundesfinanzminister Lindner, wenn Sie uns jetzt fünf schwere Jahre vorhersagen, wer hat die denn zu verantworten? Wer hat den Russen ihre Währungsreserve im Ausland geklaut seit Ende Februar 2022? Wer eskaliert hier? Hat Putin bereits auf die westlichen Sanktionen Ende Februar reagiert mit einem Lieferstopp? Und stimmt es nicht, dass Kanada die Turbinen für die Ostseepipeline zurückhält? Selbst die US-Nachrichtenagentur Blumenberg berichtete doch darüber. Die Politik in Berlin, Paris und Brüssel gefährdet unsere Zukunft. Und ich schaue dabei nicht weg und ich halte es für unsere Pflicht, den Menschen die Ursachen und die Verantwortlichen ganz klar zu benennen. Ich will keinen Krieg mit Russland. Und das, was Litauen macht, ist ein Bruch eines Abkommens der Europäischen Union mit Russland. Leute, wir brauchen Deeskalation und Verhandlungen. Wir dürfen doch nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Und jetzt meine Anmerkung zum Vermögensschutz, der in diesen Zeiten verdammt wichtig ist. Ich besitze, wie ich das immer wieder sage, Aktien, Edelmetalle und meine Liquidität habe ich auf das reduziert, was ich für ein, zwei Jahre zum Leben brauche. Denn unser Papiergeld ist nach all den Scharzen in diesem Video wohl alles andere als vertrauenserweckend. Dennoch kann beispielsweise der DAX noch weiter stark fallen. Bei zunehmender Eskalation mit Russland käme es doch zu einem heißen Konflikt, dann können die Börsen sogar schnell geschlossen werden. Wer dann nur Papiergeld hat, kann ein böses Erwachen erleben. Denn wenn die Börsen nach einem Krieg aufgemacht würden, dann, das habt ihr beim 11. September 2001 gesehen, nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center, dann zu ganz anderen Niveaus. Das habt ihr bitte mal im Hinterkopf. Es ist immer wichtig, seine Hausaufgaben rechtzeitig zu machen und dabei auch dann nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Ich habe, ich sage das ja öfters, zwar rund 25 Prozent in Edelmetalle, in Silber in einem Schweizer Zollverlager angelegt, aber ich halte auch Aktien. Ich habe ein eigenes Haus. Also nochmals, jetzt bitte auf Sicherheit, auf Vermögenschutz. Wir werden alle in den nächsten Jahren verlieren. Es geht letztlich nur darum, den Verlust zu minimieren. Das ist meine Einschätzung. Und dessen ist dabei immer auch eine Hohlschuld in meinem Telegram-Kanal. Veröffentliche ich regelmäßig Daten zum US-Terminmarkt oder zu den Optimisten-Messungen, um euch zu helfen, möglichst preiswert zu kaufen und teuer zu verkaufen. Ihr seht neben mir, dass die Hedgefonds, die Rohspekulanten derzeit im Silber-Future und das für Erklärung, ein Silber-Future steht an der US-Börse für 5.000 Unzen Silber, dass sie dort keine Netto-Käufer sind und ihre Gegenspieler, die Swap-Dealer, die Großbanken sogar Netto-Käufer sind. Lest bitte dazu mal meine kostenlose Sonderstudie ab Seite 86 zum Terminmarkt, zum Future mit den ganzen Begrifflichkeiten und Erklärungen und ihr werdet dann mit diesen Informationen ganz sicher etwas anfangen können. Und ihr werdet erkennen, dass wir momentan einen bereinigten Markt haben. Auch der Optimismus für Silber ist derzeit niedrig, vor allem deutlich niedriger als für Gold, was in der Vergangenheit immer ein gutes Zeichen war. Aber eines müssen wir auch wissen, Gold und Silber, die Erzfällen des Papiergelds, die können immer wieder plötzlich fallen, weil sie gezielt gedrückt werden, so wie italienische Staatsanleihen gezielt gekauft werden zur Stützung des Marktes. Bei Gold und Silber passiert das Gegenteil. Denn die Masse, wir, wir sollen nicht erkennen, dass Gold und Silber zum Vermögenschutz taubt. Und am 19. Mai 2022 habe ich in meinem Telegram-Kanal beispielsweise die Förderkosten für Silber gezeigt. Schaut euch das nochmals auch an. Wenn ihr alle Förderkosten berücksichtigt, dann werden die letzten 10% des Silbers bei Preisen von über 20 US-Dollar je Feinunze aus dem Boden geholt. Man spricht da vom sogenannten 90% und das ist in der Regel immer eine sehr gute, ein Floor bei Rohstoffpreisen, eine Untergrenze. Natürlich kann auch mal für ein, zwei Jahre diese unterschritten werden, aber momentan ist die Chancen-Risikorelation hervorragend. Bei Silberpreisen von 21 bis 22 Dollar sind wir geringfügig über diesen 90%. Und deshalb bin ich auch tief mehr entspannt, selbst wenn Silber mal vorübergehend fällt. Und dass wir in eines gefährlichen Kriegs Gold und Silber zunächst gedrückt werden, um die Massen von der Flucht in Gold und Silber abzuhalten, das habe ich euch bereits Ende Februar, Anfang März gezeigt und der Hinweis war ja richtig. Nur kurz, wir blenden am Ende nochmal zum Thema Zollverlager in der Schweiz Informationen ein. Was dafür spricht, habe ich ja in einem Telegram-Beitrag kürzlich nochmal sehr ausführlich dargelegt. Aber viele in Deutschland wissen von der Möglichkeit überhaupt nichts, mit diesem Zollverlager umsatzsteuerfrei Silber kaufen zu können, es dann außerhalb des Bankensystems und außerhalb der EU sicher zu lagern und nach einem Jahr steuerfrei dann verkaufen zu können. Für die, die mich heute das erste Mal hören, nochmals, Gold wird gehortet, während Silber verbraucht wird. Wir zeigen euch dazu neben mir mal eine Tabelle, wobei ich ein Silberlager mache, nur ein Bruchteil wertmäßig der Goldlager aus. Und in jedem batteriebetriebenen Auto steckt fast doppelt so viel wie in Autos mit Verbrennungsmotor. Silber wird von der Photovoltaikindustrie massiv nachgefragt. Und ich werde deshalb nicht müde, immer wieder zu sagen, dass Silber für mich das bessere Gold ist. Gold kann wie in den USA von 1933 bis Ende 1974 verboten werden. Für Silber ist das kaum denkbar, denn in Deutschland besitzt es kaum jemand. Und in der Realwirtschaft wird es massiv gebraucht. Ich möchte mit diesen Videos Augen öffnen und aus meiner Sicht euch wichtige Tipps geben. Jeder von euch ist eigenverantwortlich und muss selbst den richtigen Weg für sich gehen. Viel Glück dabei und ich hoffe vor allem, dass meine Sorgen sich in Luft auflösen. Die Sorgen, die ich hier in diesem Video auch beleuchtet habe. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!